Ich will, dass ihr weltgewandt seid. Das ist Manhattan! Ja, und die Schule? Na, New York wird so eine Art Schule für euch. Ich hab'n Job in nem Restaurant. Tja, wenn ich ne Freundin hab', kommen wir mal abends zum Essen vorbei. Wart besser noch ein paar Wochen. Das Essen ist noch ziemlich furchtbar. Wie die Frauen, die mit mir zum Abendessen gehen würden. Alice ist eine Stammkunde. Sie ist immer allein. Alice? Können Sie eine 12-Stunden-Schicht übernehmen? Ja. Nun, die meisten haben Kinder. Und auf sie wartet ja niemand. Wie konntest du das nur tun? Was ist? Biosic? Das ist sein Hund. Sieht sie aus wie Schmutzwäsche. Nenn mir eine Sache, die du gut kannst. Ich denke, ich werde meinen Job aufgeben. Das ist nicht mehr das Richtige für mich. Wartet bei dir zu Hause niemand auf dich? Nein, nicht wirklich. Nein. Nein. Vor ein paar Wochen im Restaurant war eine Frau. Ich bin nur eine Hausfrau. Einmal kam ich vom Einkaufen. Mein Mann hat Anthony geschlagen. Ein Jungen. Sind wir obdachlos? Wir sind nicht obdachloser als andere hier. Ihr wisst nicht, wo ihr hin sollt, oder? Mach die Augen auf, bitte. Gehen nicht auf, Mann. Sie können bei mir wohnen. Einigen stoßen furchtbare Dinge zu. Und sie haben niemanden, an den sie sich wenden können. Nur ein paar Fremde. Große Aufgaben, kleiner Freund. Mehr Gefühl zeigen. Wieso könnt ihr nicht nett zueinander sein? laus Wir haben keine neue Fremde.